heute ein bisschen später mit dem streamen maculennium magic mystery awesomeness ist wieder am start bei dem vorgängerstream gesehen bzw gehört hat oder sich die aufzeichnung angeschaut hat ihr wisst was ich meine oder live dabei war ihr wisst er weiß dass ich heute total dass ich heute total angepisst war von hinten bis vorne weil schon wieder diese scheiß hunting teams am start waren für die telekom ihr wisst was ich meine sogar kollege von mir seine mutter wird penetriert von diesen scheiß drecks werbeteams sogar noch zusätzlich telefonisch es ist einfach nur bodenloser schmutz muss man ganz ehrlich sagen so jetzt bin ich wieder ein bisschen runtergekommen obwohl ich noch immer sauer bin halt über die telekom werbung aber was willst du machen alter und wird zu machen so wenn der kleine durst kommt habe ich mich bewaffnet mit diesem hohen c jetzt richtig gut der frischstück der frühstück saft der ist sogar orange karotte das bedeutet das brennt nicht so im hals und karotte ist ja auch gut übrigens fürs augenlicht und so das bedeutet wenn ihr immer schön wollt dass ihr eine schöne scharfe sicht habt mit allem drum und dran dann gönnt euch immer mal ein bisschen karottensaft wer das so nicht mag der nimmt das hier mit hohe c frühstück saft hier ein und ich kann euch sagen für die leute die karotte so nicht mögen sollten es schmeckt trotzdem super nach saft mit einem kleines bisschen rübe it's very delicious und da sind wir in mcleanium den gesundheitsstream für coole leute jetzt dann weiter geht's alter wir gehen direkt rein in einen normalen multiplayer danach gehen wir in einen vierer rein und lassen uns erstmal abschlachten operator abschüsse mit pistolen die kriegen war glaube ich easy hin seltausrüstungen werde ich nicht benutzen und erreiche zwei operator abschüsse mit niedriger gesundheit ich glaube da muss ich die niedrige gesundheit haben oder die das weiß ich nicht zu 100 prozent jetzt und ihr wisst wer niveau hat der trinkt immer aus dem glas und nicht aus dem dinges ihr wisst wie es ist die map mag ich nicht die brechen wir mal schnell ab 3 2 1 los geht's ach es wäre echt schön wenn man sagen könnte ich habe drei lieblings maps die kreuzig an und die kommen dann immer oder zwei wie vermisse ich die eigenen server alter von damals wo man das alles so schön konfigurieren konnte und jetzt musst du den schmutz zocken der dir hier vorgesetzt wird technisch gesehen das ist wirklich schade aber ja kann man nichts machen das wirklich doch so dass ob das alte zeiten tatsächlich besser waren wenn es um so eine sache geht das relativ kleine map dann nehmen wir auch seiten auf prallen und der skin ist noch nicht mal geladen für seiten auf prall wird nur als normale pistole angezeigt weil ich die pistolen kills mache werde ich wahrscheinlich erstmal die ganze zeit jetzt verrecken scharfschütze ausgeschaltet ok level abstimmen nice 2 von 50 guckt euch diese geile zucchini an greatest zucchini in the world digi it's time so ja drei von fünf wo muss ich jetzt hin kürz ist fertig aber wo wir schon mal jetzt gut abgehen mit der waffe nutzen wir noch ein bisschen das ist dann einer zu viel gewesen ein bisschen da müsste man jetzt mit einer ganzen gruppe rein springen das noch jemand wo ist mein team die ja wo ist mein team wie kann es sein dass ich auf platz eins bin obwohl ich nicht gut bin was ist das ja 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 siehst du so sie das ich weiß es nicht man muss einfach mal rein einfach einfach mal Sliding action Die Stellung wird verliebt. Die Stellung wird verliebt. Boah, alter, krass, ich hatte eh keine Munition mehr. Bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Ablitz auf den Zeichen. Zielgebiet sichern. Ups, wieder worden. Verbündete Drohne im Einsatz. Der Feind gewinnt an Boden. Dräng ihn zurück. Der Scharfschütze ist erledigt. Die Stellung wird verliebt. Granate ist raus. Ich hab nichts mitbekommen. Ist das wirklich so? Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Beine Beschuldung. Magazine. Ach komm Digga, from behind. Aufklärungsüberflug. Verstanden. Ohne Schraubung. Granate. Schau nicht. Achtung. Stellung wird sicher. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Lok. Jetzt liegt sie auch da. Die wird auch ein Präsentiert drin. Die Kraftstoffe. Bei dass das Einflussgebiet für Ort aktualisiert. Die Stellung einlegt. Easy, easy Digga. Auf eine Granate. die quest mit dem auflegen habe ich sowieso also deswegen ist das natürlich dort an der position sehr gut rock ich habe nicht gemerkt dass wir schon woanders hin müssen traurig Gut. Och Digga. mann holy shit den größten umweg genommen er war glaube ich verliebt Die Schachtschütze ist erledigt. 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 Die Automatik hier gibt es ja sowieso. Das bedeutet, die nehmen wir hier. Dann nehmen wir das hier. Schaut auch schön aus. Seitenabfragen. Gibt es hier überhaupt was Schönes für die Flinte, Digi? Schauen wir uns mal an. Ich weiß nicht, die Zielgeschwindigkeit bei der Shotgun. Darauf kann man doch, glaube ich, verzichten. Ohne Scheiß jetzt. Rohr-Munition, Digga, was? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also hier brennt es. Das ist auf jeden Fall interessant. Wenn es brennt, ist immer gut. Das kann eigentlich auch nicht schaden. Ohne Scheiß. 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 Stabilität am Arsch, Alter. Hier explodiert es, Junge. Schauen wir mal. Das sieht schon nett aus, muss man sagen. Schauen wir mal. Digger, klassisch. Da kriege ich Kopfschmerzen von, wenn ich das sehe. Boah, Digger. Ja, also wirklich. Ich glaube, das ist doch umgefärbt in schwarz oder nicht? Hä? Wieso ändert die Farbe nicht? Was ist denn das? Das muss ein Bug sein. Ja. Ja, jetzt ist es richtig. Toll. Und dann lassen wir es mal so. Machen wir danach mal P90 Action und schauen uns das an. Gehen wir nochmal gucken. 15 Stück, Alter. Mit jeweils 30 Minuten. Wir haben jetzt 22 Minuten gezockt. 30 ist steinlad, was ich zocke. Zocke. Ja, reiner mit. Und so ist es jetzt. Ich meine, wie gesagt, die Token sind da. So können wir es auch nehmen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal schon wieder viel mehr Token wie vorher. Wird es ja geil finden, wenn wir mal eine schöne App haben, die wieder fehlerfrei funktioniert, aber die App wird irgendwie die verwahrlost total. Die App ist noch da, aber sie funktioniert nicht mehr für gar nichts. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr traurig bei so einer großen Firma. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr. Na ja, müssen wir jetzt mal ein bisschen warm werden. Feindliche Drohne aktiv. Ach, das ist ein Deathmatch. Feindliche Drohne überall. Wechsle das Magazin. Feindliche Drohne weiterskrieg. Feindliche Drohne weiterskrieg. Feindliche Drohne ist geschützt aktiv. Feindliche Drohne weiterskrieg. Feindliche Drohne sind dort brechen. Feindliche Drohne sind dort breit. Und wechsle. Der Feind drückt vor. Verbündeter V-toll erreicht diesen Sektor. 2 Kills gerade mal gemacht. Dramatisches Beschütz. Digga. Da brauche ich noch einen Schuss. Müssen wir mal abgewöhnen, da mehrmals draufzuschließen. Nein, Gegner einen Schuss. Ein Schuss, einen Tod halt. Bei einem Gegner. Ach, Digga. Oh, schön. Da war ein AFK. Cool. I love it. Ja, scheiße gelaufen. Kommt man in so eine Runde rein, und weiß ja nicht, wo vorne und hinten ist. Natürlich ein bisschen Kacke. Hat's noch nicht mal gereicht für ein Token, Alter. Token, it's time. Alter, ausgerechnet den gekauften Shark kann ich nicht nehmen, weil hier immer das rüber switcht. Ey, ich müsste noch auch einen geilen Skin haben für die andere Seite, Alter. Fürs Backroom. Müsste ich einen geilen Skin haben. da gibt's Luna, Luna und Cleo, Alter. Boah, was haben wir denn hier? Ui, 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 Degi. Jetzt übertreibt doch nicht. Heilige Mutter, Alter. Holy shit. Das ist ja krass. Reese, Junge. Na, den Store müssen wir danach mal analysieren. Ohoho. Ah, das ist ja krass. Das ist ja krass, Alter. Hauptquartier. Da ist doch das, glaube ich, ganz gut mit der Shotgun, oder? 30 von 30 hat die. Ah, okay, Digga. Dann nehmen wir wieder Seitenaufprall. Das ist doch für nähere Ereignisse. Soll ich den Aufbrauch. Und wieder da aufprall, Diggi. Ach, Digga. Ich hab auf die Abzeichen geguckt, da, wo ich hin muss. Hm. Easy. Easy. Fast easy. Der Fall hat den Perimeter durchbrochen. Ausstrahl haben. Die Führung übernommen. Ich verliere das Hauptquartier. Was ist denn das, Digga? Der Feind hat den Perimeter verbrochen. Unser Hauptquartier wird eingenommen. Die Arme Kontrollen über das Hauptquartier verloren. Verstärkung ist unterwegs. Okay. 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 Ah, wie, bist du weit? Gebt dir Rückendeckung. Lassen wir mal gleich hinten vergangen, die Waffe. Nix. Ich hab' auch was abgekriegt. Oh. Hauptquartier. Nehmen Sie doch vor. Feind sichert das Hauptquartier. Wer überlegt ist, nein. Feind ist im Gebiet. Hauptquartier sichern. Wechsle das Magazin. Oh. Digga. Steht da einer an der Seite. Perimeter sichern. Rückke vor. Destroy the Headquarter. Come on, Bro. Brats time. Ach, komm, Digi. Warum bewegen die sich hier für das Wort von mir? Keinein schade. Ich bin schön. What's wrong? Alle daneben gesammelt. Also Hinrichtung ging irgendwie grad nicht, warum auch mal. Ups, Digi! Der Feind ist beim Zielobjekt. Der Feind hat das Hauptquartier erobert. Dann wird der Moment runter lassen. Kein Kontakt! Wir haben die Tür verloren. Wir sind beim Zielobjekt. Eroberung läuft. Feind ist im Gebiet. Hauptquartier sichern. Wir sichern das feindliche Hauptquartier. Wir sichern das feindliche Hauptquartier. Objekt entdeckt. Vorrücken und sichern. Ich lade nach. Gebt ihr Kontakt! Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Hauptquartier ist aktiv. Sofort, wir nehmen das Hauptquartier ein. Absichern. Lenkgranate! Lade nach! Lade nach! Das war deine Granate! Wir treffen die Granate! Ziele gesichtet. Irgendwie ein bisschen cringe, Alter. Ich habe ja so hart, bin ich gerade abgegangen. Heavy shit. Yeah. Boom, schakalake, boom, schakalake, boom. Wo ist es? Über mir, wie komme ich da hin? Achso. Oh, das Zielobjekt wird gesichert. Digga. Oh. Nuller. Achso, Krone verlässt das Einsatzgebiet. Der Kone hat 6 Meter durchbrochen. Ach, du Schwurz. 4 Megabyte ist mehr als genug, Digi. Ist mehr als genug. You are so fast, Bro. It's about time. Come on. Boom. Fuck, es ist unten. Deswegen, äh. Lol. Ups. Ah. Uff. Ach, komm, ey. Wo ist meine Truppe hin? Die sind so doof, den Platz zu finden. Ich drehe durch, ey. Ja, vielleicht sind wir dämlichen Arschgaben, Alter. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-ding-ding-ding-ding-di-di-di-di. Hui. beautiful ach ja kann ihm einsteigen boah wie man da durchgucken kann der kriegt ja kreislauf kopf kreislauf guck dir das an das original matsche die original original matsche das hört sich aber auch an du hast auch haben wir saufen ist gleich irgendwie während er google machen die alter google die mundwasser während die zocken oder was so an believable aber nur fast nein behinders mit packageloss schön telekom telekom packageloss it's time du triffst nicht mehr richtig rein ho 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 Knackig, aber immerhin. Ich bin der Beste auf dem Server. Uuuuh, ich werde der Beste sein. Uuuuh, Baby, 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 geht halt ab. Die spielen aber auch scheiße hier, ne? Muss man so sagen. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Oh, ist das gar nicht drin. Neue wird noch? Ja. Scheiße. Erledigt. Hinkert hier! Ja! GG Bros. Schon wieder die höchste Statistik überhaupt. Die meisten Kills, Digga. Die meisten Eroberungen. Geil, Alter. Der niedrigste Ping sogar kurz, glaube ich. Habe ich gesehen. Krass. Jetzt kommt schon heilige Musik, Alter. Holy Crap. Uuuuh. Huuuh. 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 41% wie ich sehe. 28.000 Points. Level Up. Huuuh. 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 Und wir müssen nachher auch wieder komplett durch, damit wir den Cash wieder aus dem Pass holen. Wir wollen uns ja quasi das Geld für den Standardpass rausholen. Huuuh. 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 Die Map ist schön, Alter. Die sieht schön aus. Ach, ne. Die Map ist nicht schön. Die Map ist nicht schön. Nein. Ich habe mich gehört. Nein, Digga. Come on. Huuuuh. 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 Huuuh. Kontrolle. Ach, kann ich mir irgendwie nicht hier erlauben, oder? Huuuh. Hinter dir. Wir fahren. Die Führung gehört uns. Ich kann sagen, er springt hier nicht so rum, Diggi. Irritiert mich. Feindkontakt. I believe I can fly. Uhuuuh. Fly in the sky. Uhuuuh. So hoch bin ich nicht gekommen, aber wir haben schon zwei Striche am Startigen. It's good, Bro. It's good. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich muss mich wohl ein bisschen mehr konzentrieren. coming. Okay. Ja. You are cool. For the way, kenley we got it! Tja. Strava benwellen Number two росс. We are just waiting in the direction. Four alegresитеiness. We are out because of the way, and everybody teaching me. B defender doэne in the groundmusic starts. Glaubt, mein geht weiter nicht. Don't cry for me, Argentina. Und da habe ich es. Sack, McLemion. Von der Twitch, Digi, von der Twitch. Ah, der Jump hat ihm zwar nicht geholfen, aber trotzdem. Rick'n'Roll, Digi, Rick'n'Roll. Reifen ich heute auch noch an. Wäre ja nice, ne? Incoming, Bro. Incoming. It's time for the greatest experience. Oh, wo ist der Schwarz hier? Jetzt einer von hier kommt, euer Arsch-Stater-Digger. Okay. McLemion, Digi, McLemion. Scheiße, mein Arsch ist offen. Wir greifen Bravo an. ottos. Holy shit! Alter, war das gerade anstrengend Scheiße Scheiße, war das gerade anstrengend Alter Und dann gucken mir auch noch alle zu, Digga Fuck, Alter Fuck Er war wirklich heavy, shit Er war wirklich heavy, shit Er war hinter mir, ne? Ups, hab ich ja nicht mitbekommen, war der hinter mir? Er war hinter mir, ne? Tja, wenn der Team nicht am Start ist, das ist verloren, das heißt wir müssen auf A Das wird heavy I believe I can fight So ist kein Schuss zu viel, Alter Ja, guck, kommst nicht bei Zeiten weg, Alter Was willst du machen? Geht nicht Geht nicht Es ist zu streng getimed, Alter Du hast keine Chance Ich wäre so oder so draufgegangen It's intense, Bro Ich mach das jetzt einfach hier von der Seite irgendwie Das war nicht shoot He's not good, Bro Come on Oben Upper Container Upper Container Ich kann nicht weitermachen Die nehmen A ein Der Feind greift Eifer an Ist der besoffen gewesen? Macht euch bereit für die Idee Ist der dumm? Das war, also, das war eine Strategie Da fehlen mir die Worte Da fehlen mir die Worte, Alter Ich bin so aufgeregt, ich schraubchen und dann leere eine Flasche rum und mal vor und zurück Weil ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr die Wo gibt's denn sowas, Alter? Come on Control, Dude, Control Oben in den Fenster, Diggi Oben in den Fenster In den windows In den windows, Diggi It's intense Der tut ja nix Der sitzt da nur da Anstatt die Points zu erobern Diese dumme Sau Da ist mir, also, da ist mir voll Da ist mir grad nix eingefallen Bloody Angel Axe Oh Hä? Mich hat der Pfeil irritiert, Alter Follow the fucking Pfeil Hab ich mir gedacht, Alter Scheiße You can charge my Ananas, Diggi So So, da ist schon mal safe Mcglenium schon wieder Mcglenium Weil die sich schon wieder nie hinbekommen Die bekommen NS schon wieder nie hin, ey Himmel Arsch und fuck, Alter Ja Kommt der Linke da kurz davor Guck, guck Bling, bling Weil mein Team kacke ist Unbelievable Going wieder, I see Muss ich das selbst machen, ja Ja, Mann Wiederholen wir das Die Kugel sich aus Versehen in den Gegner des Kopfes verirrt hat Es ist so, ja Oh, holde meid Ist so Am Nachladen, gar nichts dafür Nice Was war das denn, ey Alles ist rein Das war ja wie als ob der 300 HP hat, Diggi 300 HP oder was Ich bin ein Bitte Aufklärungsüberflug Magazinwechsel Verbündete Vorwichter unterwegs Verbündete Drohne online Feindliche Verstärkung wird knapp Haben Feindkontakt bei Alpha Feind bei Alpha Feind bei Alpha Wechsel das Magazin Check the Container Er ist B Three enemies on B Die kriegen noch nichts mit Die kriegen nichts mit, Diggi Ja Ja, 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 nice Team GG, Bros Gute Arbeit Oh, das ist mir zu viel Aufregung Mit den Bros, Alter Wieder Beste Das sind die Skills, Alter Das sind die Skills, Mann Ohne Scheiß Bester Damage Meiste Punkte Meiste Kills Meiste Eroberungen Beste, 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 Beste McLennium Es ist so Ihr seht's ja, dass es so ist Oh Jetzt bin ich wieder Jetzt bin ich wieder befriedigt Ja, jetzt bin ich wieder ruhig 42.000 XP Immer rein Immer rein, Diggi It's time Boah, Diggi Glam hat zwei Level gemacht Holy shit Boah, Diggi Marshala, Alter Ordentlich Mal rinni in die Rinder Guck dir das an Und 27 Minuten Pure Power Ist das geil oder was? Ich bin zufrieden I love it Also wirklich Wirklich, ne? Du schreibst leider immer noch Das ist sogar viel, viel mehr geworden Wie damals Muss irgendwie an der Erziehung liegen Würde ich vermuten Die Party Die Party Die ist am Stand Diggi, Diggi, Ding Boing Schimmi, Diggi Schimmi Schimmi, Schimmi, Schimmi Schimmi Kimera Kimera Sagen manche Schimera Kimera Shinakina Immer so geil Gegen eine Tür Ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Sniper 7, you need me, I come to you and protect you. It's time. Wozu ist der Team da? Wozu sind die da? Ach ja, stimmt, Deko. Sniper muss ja kacke sein. Hat der überhaupt einmal geschossen oder so? Ich hab gar nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Er hat mich nicht berührt. Uh, Baby. Was soll ich sagen? Uh, was sind das für ein Geräusch, ey? Boah, ist das laut, ey. Was hat denn der da für ein Ding am Start? Krieg ich ja Angst. Holy shit, bro. Motherfuck. Uh, er ist hinter mir. Amazing. In Berlin. In Berlin vollkommen noch mal. Yo. Nix willst man sagen, nischt. Nicht bloß hier, ne? Wo, explodiert hat hier? Was ist er noch da? Lol, der war hinterm Auto. Trophy System. Was hat die denn da für eine Keule in der Hand, Alter? Oh, der hat sich einen neuen Char gekauft. Nee, ist eher die. Für mich ist immer automatisch die, weil weiblicher Char. Ist das unser? Moin. Lass mich nachladen, bro. 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 Jetzt attackt in meinem Pointy. Nimm mal rein. Direkt rein. Saftig. Ja, stellen wir uns mal hier her. Oh, baby. Let the sun shine in your heart. Didi, 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 didi. Easy. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts passiert. Nothing, bro. Fleischwunde, diga. Fly. Woher kommt der? Woher kommt der? Was macht der? Ach so, hier ist eine Treppe. Stimmt, den schenken wir lieber hin. Ab und zu mal springen. Oh, diga, jagt mir noch diesen Schreck ein. Digga, hört mal auf mit dem Scheiß, ey. Hier ist eine Treppe, wa? Ja. Ach so, ist das schon längst der nächste Punkt da. Ich stehe hier noch da und warte auf den Bus, diga. Unbelievable. So ein Scheiß. Ja, schau mal auf damit. Ich muss mich hier konzentrieren, ne? Wieso rennt ihr aus dem eigenen Eroberungspunkt raus? Ne? The last magazine, bro. Was war das denn? Schon wieder auf dem besten Platz, Alter. Ah, die wenigsten Punkte, die meisten Punkte. Uuh. Nein, wie hoch, diga. Come on. Ach, diga. Zu doof zum Springen heute. Was ist los? What's going on? What a safe, Alter. Nice. Na, dann legen wir uns mal hier hin. Oh, oh, tschüss. Hätte nichts mehr gebracht. Egal, da pust's hier so hart rum, Alter. Easy. Legt der sich doch an der Rand, an der Seite da lang, Alter. Ich hab gar nicht verstanden, was hier los ist. Was ist denn da los, Alter? Oh, oh, I'm down, I'm down. Oh, Moment mal, wenn's hier vorne ist, dann kann ich auch reinwarten. Boom, digi. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Ja. Beautiful shot, bro. I love you, too. Aber ich hab's geschafft. Und das ist das Wichtigste. Und das noch, während mein Song am Start war. Ich hab sie erlebt, die totale Sprengung. Und sie war intense. Ist so, ihr habt das selber grad gesehen. Wer ist der beste Sniper der Welt? Greatest Sniper in the world, bro. Wieso hab ich das jetzt gerade so rumgeeiert? Ich kann das nicht verstehen, was ist hier passiert? Ich hab's nicht gesehen. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Das irritiert mich, Junge. Krieg ich Kopfschmerzen von. Hamma hart. Puh, Digga. Was ist denn jetzt los? Hab ich? Hab ich was bekommen? Mann, bin ich gut. Scheiße, Alter. Militiert Gameplay, sag ich mal, ne? Puh. So. Schauen wir uns das mal an. 2,50 gegen 65 und so. Wer hat am meisten getan? Checky, 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 Diggi. John McClane, Diggi. Awesome. Awesome, John. Höchste Punkte. Meiste Abschüsse. Fetteste Zeit, Digga. Und, ja, beste, 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 beste. Überall beste. Überall beste, Diggi. Ist so. Ihr habt's ja sehen. Überall total dominiert, Alter. Oh, ist das befriedigend. Oh, da fühlt man sich ja. Digga, Superstar. Ohne Scheiß. Holy shit, Alter. So muss das sein. So ein Gameplay ist geil, Alter. Oh, wir haben noch 17 Minuten, Alter. Total Domination. Die Map ist auch ganz gut. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ist jetzt das letzte Mal, dass ich jetzt hier diese Runde zocke und dann ist Schluss erst mal. Wir sind bei eine Stunde fünf. Davor hatte ich auch schon meinen Rage-Stream. It's time, Diggi. Und, ähm, oh, King Harald ist sogar am Start. Nice, Alter. King Harald. Kann ja nur geil werden. Wenn der Harald am Stizzle ist, dann ist die Party am Start. Am Start, Diggi. Come on, Shimmy. It's time. So. Oh, der erinnert. Siebener Ping. Ein Siebener Ping, Alter. Seven, Bro. Seven. Wäre eigentlich perfekt für mich, ne? McRinney, Seven. Ping Seven. Aber man kann nicht alles haben. Brücke vor. Wir nehmen Bravo ein. Alpha gesichert. Beautiful. Der kommt hier lang. Bravo gesichert. Der kommt hier lang. Er ist da schneller gewesen, als ich gedacht hab. It's amazing, Diggi. Bestes Sniper der Welt. Der hat mich gesehen. Wahnsinn. Wuhu. Diggi. So, jetzt aber. Bin an der Tür hängen geblieben mal wieder. Och, Digga. Was ist das denn, Alter? Springt der da rum wie so ein Waschbär, der nach dem Keks jagt, Alter. Holy Shit. Da hat man das Potential. Ihr seht, wenn der Keks an der richtigen Stelle liegt. Der hängt uns sozusagen. Holy Crap, Alter. Also, er ist der Schnelle, ne? Man nennt ihn auch Hasi. Ich lade nach. Hasi? Do you will Blasi? I don't know. Activiert. Nice sniper. It is naked. It is good. Direkt im Beschuss. Wir verlieren Bravo. Gerade waren Low Frames am Start. Warum? Können die sich mal um D kümmern, Alter. Wir verlieren Charlie. Ah. Wollen wir mal schnell zurück. Ich lade nach. Bitte Aufklärung. Verstanden. Krone ist im Einsatz. Aufklärung. Fein nimmt Alpha ein. Sehr schön. Einheit vermischt. Mhm. Magazinwechsel. Fein nimmt Bravo ein. Oh, 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 Alter. Wie heißt das Scheune, Alter? Wie heißt Scheune in Englisch? Scheiße, Digga. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind sichert Charlie. Okay. Ich lade nach. Ich habe mir einen schönen Slide unterbrochen. The slide is broken. Lasst mich nicht gesehen. Nein, nein, Alpha. Wenn er jetzt so weitergeht und ich nicht nipple hier, dann muss ich irgendwie doof rumlaufen, damit ich erschossen werde. Ah, weil Munition wird knapp, Alter. Und ich mag nicht eine Packung auf den Boden legen, ja. Ich will dann lieber abnippeln und dann volle Pulle haben wieder. Und bester Respawn ever. Wieso springt da so viel? Das ist richtig. Boah, Digga. Alle haben neuen Skin. Wow, haben alle gepayt, Alter. Nice. It's good. Ui. Erledigt. Erledigt. Bravo wird gesichert. Wechselt das Magazin. So, was ist denn da passiert, Digga? Meine Waffe war kaputt. So, wie ist es kaputt, Alter? Ah, ist egal. It's gone, it's gone, it's gone, it's gone. Okay, hab ich mich selber weggejagt? Kann sein. Oops. Verstanden. Tiger 4 ist unterwegs. 5, 4, 3, 2, 1, action. Blast. Activate. Blaster hier, ein Blaster da. Ein Blaster ist für alle da. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back to me. Yeah. Come on, ups. Oh, und einfallen. Wir kontrollieren Alpha. So, was noch? Ach, Digga. Ich konnte gar nichts so richtig sehen. Da war eine Stinkewolke am Start. It's stink, Bro. It's stinky. What the fuck are you doing? Don't shit on my map, Bro. Don't shit. Scheiße, ich seh nichts. Digga, war einer unter mir. What the fuck? Mag ich ja überhaupt nicht. Digga. Bee in Windows. Bee in Windows. F***ing Camper. Sprechen, bleiben, chillen und nachher. Yeah, mach mal hier. Och, Digga, ich kann doch nie alles. Warum muss ich mal alles leiden, Mann? Nie, dann ja, ja. Let me kill you. Digga, wo schießt er denn? Hine? On sea. I can feel. Mir doch egal. Scheißt doch. Ach Gott, Junge Mann. Ah. Was ist passiert, ich nehme dich von Glückwunschverfahren, geh los, yeah, ah. Digga. Der war ja hartnäckig wie Fußpilz, Alter. Gott sei Dank haben wir einen Jet am Start. Jetty Moletti, Diggi, Jetty Moletti. Der letzte Magazin. Dann schaffe ich es vielleicht doch nochmal, das Köfferchen hier zu legen. Ups, Quatsch, Granate. Köfferchen, Köfferchen. Köfferchen. Was? Geh mir voll. Wurde zu sterben. Yeah. Und es hat sich gelohnt. Geil. Ich leg mich jetzt an die Blümchen. Die Blümchen, Diggi. Jackie, 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 was geht los? Was ab? Oh, das Handy, Digga. Hätte ich das nicht in die Hand genommen, hätte ich die Full-Concentration gehabt. Full-Concentration für Maximum Penetration. Ist so. So, jetzt gehen wir schon mal wieder zu A. Ah, ganz chillig. Nein. Easy. So, das Regeln war hier ganz, ganz einfach. Geil. Also, das war wirklich hier zocken auf höchstem Niveau. Mag7, ist so. Na? Sieg Diggi. Guck dir. Guck dir das an. GG-Team. Beste. Uh. Guck mal, du bist gar jemand überboten. Ne Trap, Alter. Geil. So muss das sein, Alter. So muss das sein. Ach, schauen wir mal. Ich habe wieder einen Tocken bekommen. Mh, schmeckt. So muss das. Alter, das ist wirklich heute ein guter Tag. Heute ein guter Tag, zumindest was gerade zocken angeht. Sehr, sehr gut. Und wir haben noch sieben, ähm, Dingensen am Start, Digga. Sieben Dingensen. Ich glaube, ich mache jetzt aber Nemesis Impulse. Awesome. Wat ein Name, Diggi. Schnittig. So, gehen wir mal gucken, Alter. Holen wir uns mal für unseren Seelenfrieden. Ne? Ja? Ne? Ja, doch holen wir uns. Das hier. Ich mag das zwar nicht, aber, guck mal, das ist sogar eine Winkelkatze. Absolut sweet, Alter. Und, ja, das Gold brauchen wir, Diggi. Das Gold. Ich bin ja schon mal gut aus. 43% geschafft bei noch, ähm, 41 Tagen, die wir haben. Ist meiner Meinung nach akzeptabel. Weil, dann haben wir noch hier ein paar Felderchen am Start. Also, das müsste ich tatsächlich, sogar ich, schaffen. Wo ich nicht, äh, die ganze Zeit, äh, ja, permanent spiele, stundenlang, ne? Muss ich ja sagen. Ich spiele ja wirklich nicht permanent. Ich habe jetzt eine Stunde 16 gezockt, Alter. Und ich muss sagen, es reicht. Ich bin zufrieden. Es lief gut. Und, äh, damit verabschiede ich mich auch für heute. Wir nehmen mega Gameplay. Startet auf YouTube hoch. Könnt ihr denn schön schauen. Und, danke schön fürs Zuschauen, äh, in Twitch. Und dann später die Aufzeichnung in YouTube. Möge die Macht mit euch sein. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar noch heute. Da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Dann gimpen wir auf der Insel rum und erkunden ein bisschen. Oder ich mache dann Offstream. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was ich tue noch, ja. Ja, ansonsten Follow machen mit vielleicht Benachrichtigungen. Dann seht ihr ja, Ding Dong, magische Glocke, Merculenium ist am Start. Äh, müsst ihr entscheiden, ne? Ihr habt ja gesehen. Ist auf jeden Fall, die Awesomeness ist real, ne? Die Awesomeness ist real. Jetzt noch ein paar Sekunden Endscreen für die totale Awesomeness. Und dann geht's final vielleicht sogar ins Bett. Vielleicht. Bei euch, bei mir, ich weiß es nicht. Bei irgendjemanden schon. Habe ich eine Erdbeere? Ne. Neun Monats Abonnement bin ich selber. Das heißt, ich bin seit neun Monaten, habe ich hier diese Funktion, wo man zappen kann. Seit neun Monaten. Nehmen wir übrigens so circa tatsächlich, äh, 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 30 Euro knapp im Monat ein. Tatsächlich. Fast hätte ich nicht gedacht. Natürlich nochmal ganz großes Danke an alle, die mich supporten. Vor allem natürlich, ihr seht es ja unten in den Statistiken. It's amazing. Und natürlich ab und zu auch der PayPal. Awesome. Magic. Mystery. Awesomeness. Das heißt, ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020